Seit meiner Einladung gefolgt, wo seid ihr denn? Elstern-Land, ja! Und das habe ich jetzt nicht anders erhörtet von unserem Geschäftsführer der Standort-Marketing-Gesellschaft Herr Lange. Und damit wir jetzt richtig auf Touren kommen, Jungs, habe ich euer Lebenselixier mitgebracht. Das machen wir jetzt auf, stoßen zu dritt an eine Post, denn ich muss sagen, Herr Ragenkommt sowieso nicht, der hat Schiss vor uns, große Klappe ist dahinter, aber wir zu dritt stoßen jetzt erst mal an, kommt Jungs, macht mal die Flaschen auf und dann gucken wir, dass es weitergeht. Aber echt als ohne Gläser! Kili! 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 Kili ohne Gläser, ja!